Herzlich Willkommen bei der Helmut-Müller Fleischwarenfabrik GmbH in Mannheim. Ihre Adresse für regionale Fleisch- und Wurstwaren mit Qualität. Bereits seit 1960 steht unser familiengeführter Betrieb für eine fachgerechte Verarbeitung von Schweine, Rind und Kalbfleisch. Immer im Fokus sind dabei die Themen Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit. Wir beziehen unser Schweine- und Rindfleisch von Höfen aus der Region, kennen die Bauern persönlich und legen großen Wert auf eine artgerechte Tierhaltung. Freuen Sie sich auf Tradition, die man schmeckt und lassen Sie sich vom hervorragenden Geschmack unserer Fleischprodukte begeistern. Wir freuen uns über Ihre Bestellung.